Meine lieben Heroes, auf der D23 Expo 2024, dem Disney-Fan-Event, wurden in diesem Jahr beim Marvel-Panel nicht nur Aufnahmen zu Daredevil Born Again und Agatha All Along präsentiert, sondern auch zur kommenden Marvel-Television-Serie Ironheart. Und auch wenn der Teaser bzw. Trailer nicht offiziell online gestellt wurde, gibt's natürlich geleaktes, abgefilmtes Material. Und über genau das sprechen wir jetzt hier in diesem Video. Mein Name ist Rant, das hier ist Siren Flash. Los geht's! Ja, meine lieben Heroes, aktuell findet die D23 Expo das Disney-Fan-Event 2024 statt. Und zum Auftakt gab es da am Freitag, den 9. August, direkt mal ein zweistündiges Panel, wo Disney neu angekündigte und bereits angekündigte neue Projekte vorstellte. Unter anderem auch aus dem Hause Marvel Studios. Kevin Feige war zugegen und hat uns neue Infos zu Captain America 4, Fantastic Four, aber auch den Serien Daredevil Born Again, Agatha, All Along und Ironheart präsentiert bzw. mitgebracht. Zu Daredevil Born Again und Agatha habe ich schon Einzelvideos gemacht und nun möchte ich über Ironheart sprechen. Die Serie über Riri Williams, gespielt von Dominic Thorne, die wir ja bereits im MCU kennenlernen durften und zwar in Black Panther Wakanda Forever. In jenem Film erleben wir, wie sie zu einem wichtigen Part der Story wird und am Ende einen eigenen Anzug baut. Ein Anzug, der aussieht wie ein Power Ranger. Doch Shuri, die Prinzessin von Wakanda, verbietet ihr, diesen Anzug mitzunehmen und deshalb ist Riri Williams nun ohne Anzug unterwegs. Und wir sollen erleben, wie sie einen neuen Anzug bekommt in ihrer eigenen Serie, wo sie im Grunde zur Nachfolgerin von Iron Man wird. Ja. Die Serie sollte eigentlich schon dieses Jahr erscheinen, ursprünglich sogar mal letztes Jahr. Mittlerweile ist aber klar, sie kommt nächstes Jahr. Das wurde auch nochmal auf der D23 Expo bestätigt. Ironheart kommt irgendwann zu einem unbestimmten Zeitpunkt im Jahr 2025 bei Disney Plus Online. Die erste Staffel hat insgesamt sechs Episoden und bringt uns unter anderem Dominic Thorne als Riri Williams, aber auch Anthony Ramos, aber auch Alden Ehrenreich vor die Kamera. Und laut Deadline soll auch Sacha Baron Cohen mit von der Partie sein. Er soll nämlich kein geringeren als den lang spekulierten Mephisto verkörpern. Ob das wirklich passiert, müssen wir abwarten. Aber ja, Ironheart soll nächstes Jahr kommen. Die Serie ist wohl auch in der Postproduktion abgeschlossen und es gab auf der D23 Expo den ersten Teaser oder Trailer zu sehen. Der wurde allerdings bisher nicht durch Marvel online gestellt. Aber natürlich waren vor Ort so viele Menschen, dass es natürlich der ein oder andere auch gewagt hat, einfach den Trailer aufzuzeichnen und online zu stellen. Und ja, das Material habe ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt, denn ich möchte es hier nicht in voller Länge einblenden, denn dann wird dieses Video sicherlich gesperrt. Aber ja, lasst uns trotzdem mal kurz diesen Trailer, diesen Teaser besprechen. Im gezeigten Material sieht man zuallererst Aufnahmen aus Black Panther Wakanda Forever. Einmal wie Riri und Shuri aufeinanderprallen im Labor, aber Riri letztendlich gesagt bekommt durch Shuri, ey, du darfst den von dir neu erschaffenen Anzug nicht mitnehmen. Also diesen Power Ranger Anzug aus Black Panther Wakanda Forever. Schnitt und wir sehen Riri Williams wieder in ihrer Heimat, unter anderem am MIT, wo ihr Profi erstmal klar macht, dass es genügend andere Genies beim MIT, am MIT gab, außer ihr. Und dann baut sie anscheinend bei einem Experiment ein bisschen Scheiße, woraufhin, so sieht es zumindest im Zusammenschnitt aus, sie aus dem MIT rausfliegt. Woraufhin sie sich selbst fragt, wie finanziere ich jetzt mein Ironheart-Projekt? Ja, weil sie keine Geldgeber findet, lässt sie sich anscheinend mit einem Kriminellen ein, gespielt von Anthony Ramos, der hier einen Charakter namens Parker Robbins spielt. Einen Charakter, der aus den Comics bekannt ist. Parker Robbins ist in den Comics ein Kleinkrimineller, der mit seinem Kompagnon King ja immer wieder auf Raubzüge geht. Und unter anderem trifft er dabei auf einen Dämonen namens Nisanti, der dann umkommt, der getötet wird und ja, Parker Robbins daraufhin dessen Stiefel und seinen Mantel stiehlt. Er glaubt, er könnte dazu Geld machen, bis er dann checkt, dass diese Objekte magisch sind. So entdeckt er, dass er mit den Stiefeln fliegen kann und der Umhang ihn unsichtbar macht. Und eventuell ist das genau so auch in der Serie Ironheart. Er trägt magische Objekte, die ihn aber, so sagt es zumindest, das Material eventuell auch so ein bisschen auffressen. Es sieht zumindest in einer Sequenz so aus, als würde sein ganzer Rücken belagert sein von dieser dunklen Magie. In den Comics ist es übrigens so, dass angeblich Normamu, der Typ, der aus Teil 1, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, der, der von Benedict Cumberbatch gesprochen wird und in Teil 3 wieder mit dabei sein soll, der, dieses Wesen, das soll das alles hergeleitet haben. In der Serie könnte das allerdings ein bisschen anders kommen, denn Sacha Baron Cohen könnte wirklich Mephisto spielen, also könnte das Ganze von Mephisto angeleiert sein. Aber ja, der Charakter stammt aus den Comics und ist ein Schurke. Und auf den lässt sich Riri Williams ein und schließt sich seiner Crew an, die anscheinend Raubzüge umsetzen, die anscheinend aber auch immer mal wieder tödlich enden, also brutal sind, was sicher Riri Williams im Verlauf der Serie dann auch checkt und wieder austreten will. Auf jeden Fall zeigt uns das Material, wie sie einen Deal mit dem Teufel eingeht, könnte man sagen, der ihr Kohle gibt und eventuell verspricht, ey, wir können das alles zusammen klauen, was du für deinen Anzug benötigst. Denn irgendwie kommt sie auf jeden Fall wieder an Teile. Das wird sie sicherlich nicht nur durch Geld bezahlen können, weil dann würde jeder sich einen Ironman-Anzug bauen. Sind wir mal ehrlich. Riri Williams steigt also in diese Crew ein und macht erstmal ein paar Abenteuer mit denen, so sieht es im Material aus, stellt sich dann aber anscheinend doch noch gegensehen. Denn, und so hieß es schon früher in einer Beschreibung, in der Serie Ironheart geht es wohl um Technologie versus Magie. Also Übernatürliches trifft auf Technologie. Und das wäre wohl das Hauptthema. Ergo, sie erkennt wahrscheinlich im Verlauf, dass Parker Robbins richtig, richtig böse ist. Nicht nur ein Krimineller, der sie finanzieren kann, sondern wirklich böse ist und vielleicht auch aufgefressen wird durch die Energie. Und sie stellt sich gegen ihn. Aber das muss sie eventuell am Ende nicht alleine tun, denn anscheinend kriegt sie unter anderem Unterstützung von ihrer besten Freundin und von Alden Ehrenreich. Ja, der Darsteller, der Han Solo in Solo gespielt hat, der spielt hier auch mit und ist in zwei Szenen zu sehen. Einmal, wie er eine Plane mit Riri von einem Auto runterreißt und da anscheinend der kaputte Anzug ist, vielleicht weil sie ihn testen wollen. Und noch eine Szene, wo er auf einer Straße steht und so ein bisschen nach oben, nach vorne schaut. Entweder ist es wirklich die Szene, die im Anschluss dann gezeigt wird, wo Anthony Ramos mit Waffe und Mantel auftaucht. Oder aber es ist eine andere Szene. Denn auf jeden Fall sieht es so ein bisschen aus, als wäre er ihr Love Interest und eventuell Sidekick in dem Moment. Ich bin gespannt, ob er einfach nur ein ganz normaler Typ ist oder ebenfalls sich später als irgendeinen Held rausstellt. Aber ja, der unterstützt sie definitiv mit. Und im Trailer sehen wir zudem anscheinend auch noch die Mutter von Riri Williams. Und vielleicht dann auch irgendwann nochmal die Info darüber, was eigentlich mit dem Vater passiert ist. Und wir sehen im Trailer anscheinend drei, ja eigentlich vier Ironheart-Anzüge. Wir sehen den aus Black Panther, Wakanda Forever. Wir sehen einen, den sie auf der Straße trägt, der anscheinend eine Bruchlandung hingelegt hat. Also es sieht wenigstens ein bisschen danach aus. Ist auch ein bisschen witzig. Sie ist ja eine sehr kleine Frau, Dominic Thorne. Und im Endeffekt sieht es immer wieder so ein bisschen wie so ein Zwergen-Ironman aus. Egal. Dann gibt es noch den Anzug, den sie dann anscheinend auch im Endkampf trägt. Und ganz zum Schluss in dem Material sehen wir, wie sie in einem, ich würde sagen, weißen Ironheart-Anzug wegfliegt, der eine ähnliche Maske hat wie der Anzug aus Wakanda. Und es sieht ein bisschen so aus, als würde sie eventuell den gestellt bekommen. Eventuell, weil, also sie fliegt da von einem öffentlichen Gebäude weg, vom Staatsgebäude. Es sieht ein bisschen so aus, als würde sie vielleicht am Ende von der Staffel, vielleicht ist das sogar das Ende der Staffel, kriegt sie nochmal einen neuen Anzug gestellt oder sie kriegt die finanziellen Mittel, um den gestellt zu bekommen, weil sie die Stadt rettet und dann kriegt sie alles, was sie braucht, vielleicht sogar von Stark Industries gestellt. Eine Verbindung wird es sicherlich irgendwann geben innerhalb der Serie. Aber ja, ich muss sagen, mit der gute Laune-Musik hat es schon einen gewissen Thrive, das Material, was da gezeigt wurde. Und ich habe, und ich hatte aber auch von vornherein Bock auf diese Serie. Ich finde, auch wenn ich natürlich gerne Ironheart oder Iron Man oder Iron Lad sehen wollen würde, finde ich schon spannend, einfach jetzt hier so eine junge MIT-Studentin zu sehen, die versucht Ironheart zu werden. Und ich bin wirklich gespannt, wie man Riri Williams dann auch noch in Zukunft einbaut oder ob es das dann schon wieder war. Ich meine, es ist schon ein bisschen krass, dass man ihr Projekt so weit nach hinten geschoben hat, obwohl es abgedreht war. Aber jetzt ist man sich anscheinend einig, jetzt kann man das ganze Ding mal rausbringen irgendwann im nächsten Jahr. Der Trailer macht auf jeden Fall Bock, aber macht auch ein paar Unsinnigkeiten erkennbar. Zugunsten der Story gibt es nämlich direkt ein paar Logiklöcher. Ich meine, warum, warum darf sie den Anzug aus Black Panther, Wakanda Forever nicht mitnehmen? Weil die Technologie zu weit ist? Sorry. Lächerliches Argument. Dann fliegt sie aus dem MIT raus, weil sie ein bisschen Scheiße baut. Okay, verständlich. Aber findet dann kein Geldgeber? Come on. Als könnte sie nicht bei Shuri anrufen und sagen, hast du mal ein bisschen Money für mich? Ich würde gerne einen neuen Anzug bauen. Nach dem, was sie geleistet hat in Wakanda, wird sie doch wohl das finanziert bekommen, oder? Kannst du mir mal erzählen, was du willst? Das ist doch lächerlich. Weiß ich nicht. Finde ich viel ein bisschen schwierig, das wirklich nachzuvollziehen. Aber ja, irgendwie muss man natürlich so eine Story aufbauen. Ursprünglich war meines Wissens auch mal geplant, dass die Serie vor Black Panther, Wakanda Forever kommt. Das ist aber ja, wie wir wissen, nicht passiert. Also musste man vielleicht auch ein bisschen was umschreiben. Aber ja, Magie versus Technologie finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Vor allem, wenn es hier mal so richtig im Fokus steht. Ist ja nicht das erste Mal, dass wir es erleben, aber hier soll es wirklich im Fokus stehen, wie eben eine, sagen wir, Wissenschaftlerin, ein Genie auf dunkle Magie trifft. Vielleicht wirklich angeleitet durch Mephisto. Was sagt ihr zum Material von Ironheart? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich muss wirklich sagen, mit Daredevil Born Again ist Ironheart auf jeden Fall eine Serie, die auf jeden Fall auf meiner Watchlist 2025 steht. In diesem Sinne sind wir durch. Cheerio.